Hallo hier ist wieder euer TheBossi Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr Viel Glück und Gesundheit Fangen wir mal an Ich zeige euch erstmal was ich für neue DVDs gekauft habe Da fangen wir an mit SpaceDogs Es kann man in 3D anschauen mit einer Brille Oder auch nicht Wie man halt will Es ist ein Stil von dem Mario Ice Age und ab durch die Hecke Ich bin mal gespannt wie der ist Das habe ich noch nicht gesehen Kann ich euch noch nichts zu sagen Und dann noch ein Film den ich mir angeschaut habe Und super ist Weizelhafte Ereignisse Mit Jim Carrey Allein in wieviel verschiedenen Rollen Jim Carrey da schlüpft Da zeigt er einfach was für ein Hammer Schauspieler er ist Ich kann es euch nur empfehlen Wenn ihr Fantasy Fans seid Euch das anzuschauen ist einfach nur Hammer Und dann hier noch ein schöner Familienfilm Mein großer Freund Bigfoot Der blonde Junge Der hat ja auch bei Hammer Wer der Hammer Mit Tim Allen Sein Sitcom mitgespielt Das Kostüm von Bigfoot ist natürlich sehr trashig gemacht Ich finde es nicht so toll Aber ich fand den Film Wenn man mit sehr niedrigen Erwartungen drangeht Natürlich geht es Habe ich mal einen Kick billig bekommen Deswegen ging es eigentlich noch was Und dann hier ein guter Film noch Die Thomas Crown Affäre Mit Perse Prosnam Und René Oraso Ist auch sehr Sehr toll der Film Geht es halt um Geht es halt um so einem Kunsträuber Und wie er das halt Verschleiern kann Kann ich euch auch nur empfehlen Wärmstens empfehlen Und dann noch hier Das habe ich zu Weihnachten bekommen Die Monster Uni Die Monster Uni Die Monster Uni Ist sehr witzig Also ich kann nicht verstehen Dass viele den schlecht reden Und ich finde ganz witzig Wie die Anfänge von Maike Und Und Waren Also ich finde das jetzt nicht so schlimm Also ich fand es nicht so Nicht so schlecht Ich fand das witzig Wie sie Wie sie so geworden sind Wie sie als Erwachsenen waren Und sind Kann ich euch eigentlich nur empfehlen Und dann noch Habe ich mal selber gekauft Mal vor kurzem Die Maske Special Edition Was ich bei der Auflage gut finde halt Die zeigen auch noch Sachen Ähm Die man nicht Ähm Nicht im Film drin waren Wie zum Beispiel Wie sie Loki Äh Wie Loki In die Maske Eingesperrt wurde Oder sowas Ich fand das richtig witzig Oder auch In der Zeitungs In der Zeitungsfabrik Ähm Wie die Die eine Rothaarige Ich weiß nicht mehr wie sie heißt Ähm Halt 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 getötet wird Aber das haben sie leider rausschneiden müssen Weil es nicht so gut angekommen ist Bei den Zuschauern Und das fand ich Gute Zugabe Und Jo Die Maske ist eh Hammer Film Ist einer meiner Lieblingsfilme Kann man eh sich mal anschauen So Dann noch Nichts als die Wahrheit Ist ein Zwüller Kann ich euch noch gar nichts zu sagen Weil Habe ich erst mir vor kurzem gekauft Und noch nicht gesehen Dann noch Wege 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 einer Freundschaft Habe ich auch noch nicht gesehen Dann noch Auch Zwei Nachrichten bekommen Ein Eine Herz Ein Herz und eine Seele Mit Dieter Krebs Mit Heinz Schubert Halt als Eke Alfred Und Elisabeth Wiedmann Hammer Hammer Serie Ich lache mich immer noch Gern Immer noch gerne darüber Ich kann es Auch nur empfehlen Diese Serie Äh Zu Zu schauen Einfach nur witzig So Dann kommen wir noch zu den Spielen Die ich mir jetzt vor kurzem Neu geholt habe Sind jetzt nicht so viele Aber Ist okay Check und extra Habe ich schon auch gehabt Auf der Playstation 2 Aber ich habe mal meine Playstation 2 Sammlung Habe ich ja mal aufgelöst Und Ja Deswegen habe ich sie jetzt Habe ich mir jetzt nochmal gekauft Ich finde das Spiel super Äh Wird Geht es halt um Einen Junge der Zwei Junge die auf einer Insel sind Und Auf einer verbotenen Insel halt gehen Und Der andere Junge wird halt In Dexter verwandelt Und Und Er muss halt ihm wieder Helfen Dass er wieder Zum richtigen Menschen wird Und Dann habe ich noch Sehr bildlich gefunden Madagaskar Das Spiel für die PC Ja Das habe ich auch Das habe ich auch Für 50 Cent gefunden War so alles PC Spiel Kann man Kann man zocken Ist ganz witzig Ja So Und dann mache ich noch Für euch heute Eine Top 10 Wo ich am liebsten Moment höre CDs Meine Top 10 CDs Noch dabei Udo Lindenberg Im Moment So sein Best of So Best of Lieder Wie Odyssee Oder Sonderzug nach Pango Moskau Horizont Der blaue Planet Ich schwöre Ich finde natürlich immer Seine Singstimme Super Du 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 Immer witzig Ja Kann man sich auf alle Fälle Anhören So Platz 10 ne Platz 9 Ist im Moment Rocky Balboa Höre ich gerne beim Sport machen Zum Beispiel Immer die Lieder Weil erinnere mich immer an den Filmen Sind die ganze Lieder drauf Keine Gonna Fly Now Oder Eye of the Tiger No Easy Way Out Oder Und Mickey Das sind coole Lieder drauf Also die kann ich euch nur Für Sport zum Beispiel Sehr empfehlen Die CD Also bei mir helft sie Also Platz 8 Ist die U2 Best of Ja Allein Das Lied Ähm I Will Follow Oder Oder auch Sunday Blood Sunday Finde ich auch Super das Lied Also ich höre immer gern Kann man immer hören Dann noch Platz 7 Yusuf Das war Cat Stevens Das war Früher Er hat sich ja umgenannt Neben seinem Glauben Ähm Das erste Lied Ist natürlich Heaven Super das Lied Ich äh Das ist das Unutter 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 Cup Ich kann nicht so gut englisch Tut mal leid Das ist ein super Album von ihm Also ich finde das klasse Da hab ich erst mal das Cat Stevens gehört Ich hab ihn früher nicht gehört Aber ich will mir auch mal so alte Albums vielleicht kaufen von Cat Stevens So Platz 6 Ist unheilig Große Freiheit Da brauche ich ja eigentlich nichts mehr zu zu sagen Weil Das kennt ja jeder im Moment Das ist ja noch aktuell Das Meer Oder Natürlich unter deiner Flagge Ist ein klasse Lied Sehr gefühlvolles Lied finde ich Oder auch Ist auch härtere Dinger drauf Äh härtere Lieder drauf Wie Unter Feuer Da hat er finde ich aber Viel Rammstein abgeschaut Das Das höre ich raus Oder auch Ähm Manches hat er auch auf der eigenen CV Wie natürlich Äh Unter deiner Flagge oder so Das hat er natürlich selber Aber Ich finde äh Bei Unter Feuer Hat man sehr viel von Rammstein raus gehört Und Platz Platz 5 Mitlauf Bed of Hell Ich höre ich im Moment auch sehr gerne dieses Album Äh Natürlich auch Bed of Hell natürlich das Lied Oder Heaven Can Wait Ist auch sehr Sehr traurig das Lied manchmal Ist auch sehr schön Ich höre ich sehr gerne seine Stimme Platz 4 Best of Westernhagen Ich höre ich auch immer ganz gerne Roserna Oder Sexy Oder Weil ich dich liebe Ich stehe auf Freiheit Ist klasse Die Lieder Kann man sich immer wieder anhören Platz 3 Santiano Mit den Gezeiten Daher ich im Moment am liebsten eigentlich Äh Half a twinkle me Ist super Das Lied finde ich Oder Oder auch Biss in alle Ewigkeit Ist klasse Also kann ich euch auch nur empfehlen Und dann auch Bruce Springsteen Platz 2 Bruce Springsteen Best of Ja das sind natürlich die besten Lieder drauf von ihm Thunder Road One to One Oder Burn in the USA Streets of Philadelphia Natürlich ist auch sehr bekannt Kann ich euch nur empfehlen Und dann kommen wir zu Platz 1 Das ist ACDC Aus Best of Wozu Iron Man 2 rausgekommen ist mal Ja das sind Schütze Äh Thunderstruck Hell and Place to be Hell for Twinkle Me War Machine Highway to Hell Natürlich Und natürlich Back and Plague ist aus Thunderstruck ist natürlich das beste Lied finde ich von ACDC Da haben sie natürlich Meilenstein gemacht Ich Ich hoffe das Video hat euch sehr gefallen Wenn nicht ist auch nicht schlimm Haha Naja war nur Spaß Und ja Das war's dann für heute Ferti Euer Sir Bossi